Es hat schon Gründe, warum wir es so machen, warum es aber auch trotz allem unser grundsätzlicher Wochenrhythmus ist, dass das Abschlusstraining immer öffentlich ist. Der HSV hat gestern meines Wissens öffentlich trainiert. Sie haben auch versucht unser nicht öffentliches Training auch öffentlich zu machen, aber den Herren haben wir dann noch gesehen in der Hecke. War ein bisschen lustig gestern, da stand einer auf Platz 11 trainiert und guckte dann die ganze Zeit da durch und als wir ihn gefragt haben, was er will, wollte er fragen, ob er irgendwann Autogramme kriegt. Das haben später zugesichert. Also schon klar, dass das bei der kurzen Entfernung gehe ich schon stark davon aus, dass der HSV jedes Training beobachtet von uns.